Beste Kosmetik auf höchstem Niveau. Karin Glöckner begrüßt Sie sehr herzlich in ihrem Studio Skinshine Bayreuth. Das renommierte Haus der Schönheit ist auf die Anwendung traditioneller und moderner Methoden spezialisiert. Diese ungewöhnliche und wirkungsstarke Kombination wird zusätzlich unterstützt durch den Einsatz hochwertiger Qualitätsprodukte von Isabelle Lancret, Kleantus und Jane Iredell The Skincare Makeup. Die klassischen Leistungen, wie etwa dekorative Kosmetik oder Gesichtsbehandlungen, werden durch ELOS Lasertechnik ergänzt. Diese schmerzlose Methode zur dauerhaften Haarentfernung ist äußerst wirkungsvoll und auch bei Menschen mit blonden Haaren überaus beliebt. Mit einem modernsten Ultraschallgerät wird schlaffes Gewebe wieder auf Vordermann gebracht. Ob Pigment und Altersflecken, Falten oder Zellulite, das Team verleiht Ihnen unglaubliche Ausstrahlung. Skinshine Bayreuth – für strahlend schöne Haut.